Guten Morgen, meine Fahrgäste. Im Übrigen direkt herzlichen Namen der Schweizerischen Bundesbahn im Entlastungszug nach Konstanz über Basel-Badischer Bahnhof Freiburg im Reisgau-Offenburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bitte beachten Sie, dieser Zug fährt ohne Halt bis Basel-Badischer Bahnhof. Basel-Badischer Bahnhof, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dieser Zug fährt nach Freiburg im Reisgau-Ringsheim-Offenburg-Konstanz. Recht herzlich im Regio-Express nach Freiburg im Reisgau-Ringsheim-Offenburg-Konstanz. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug ohne Halt bis Freiburg im Reisgau-Hauptmannhof fährt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ein- und Ausstieg, bitte bleiben Sie mit uns sitzen. Hintergrund ist es noch ein anderer Zug für uns. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Zugfolge mit anderen Zügen mit einer Verspätung von rund 6 Minuten unterwegs sind. Wir bitten dies zu entschuldigen. Für Ihre Weiteranschlüsse haben Sie bitte auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Dieser Zug fährt um 6.30 Uhr weiter nach Reisgau-Ringsheim-Offenburg-Konstanz. Noch die Höhendifferenz sowie den Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante. Von allen aussteigenden Fahrgästen, die uns recht herzlich wünschen, Ihnen ein wunderschönes, sonniges Wochenende am Bahnsteigkante im tollen Wetter. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen und freuen uns, Sie bald wieder in einem unserer Züge der Schweizerischen Bundesfahrt. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. 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 Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. 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 Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss und aufтьсяEr offset. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und anbreaksendesцевiert. Tschüss und auf Wiedersehen. Besonders und auf Wiedersehen. Das ist liebend. Tschüss und auf Wiedersehen. Corona, öchesnkannte. Räuzeende Fieldur, der wants nach Obort, kap 20-50-50-50-50-50-20-50-50 the happened. Sera Ό was hier nahmacht. Es wäre A see. To erwartet es sehr hoch wird. Schalnya Madeleine� im Falls der Wald ook Sala. Melodieen. Der Wagen, also zweitens, total eng werden sollte, wechseln Sie gerne auf Villingen mit den vorderen in den ersten Zutaten. Vielen Dank. Wir sind noch nicht in Villingen-Staatswahl eingetroffen, da unser Preis noch durch einen anderen Zug bedient ist. Wir werden unsere Fahrt in kurzen Umständen. Zwischen Bundesbahnen begrüßen wir Sie recht herzlich im Entlastungszug für die Schwarzwaldbahn nach Konstanz, mit Halt in Donauischingen, Singen am Rundfiel, Lapperszell 1, Bach und Konstanz-Federhausen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise in unserer schweizerischen Schwarzwaldbahn. Der nächste Halt ist dann Donauischingen. Wir wünschen Sie gerne auch, auf die mitreisenden Personen rücksicht zu nehmen und die Maske nach der kurzen Konsumation wieder zu tragen. Besten Dank. Mesdames, Messieurs, la consommation de boissons et de nourriture est autorisée. Par égard pour les autres personnes, nous vous prions néanmoins de ne pas tarder et de remettre votre maske dès que vous avez terminé. Merci de votre compréhension. Mangiare e bere è generalmente permesso sul treno. Vi preghiamo tuttavia di avere riguardo delle persone che viaggiano con voi e di indossare nuovamente la mascherina dopo la breve consumazione. Grazie. Ladies and gentlemen, you may eat and drink on the train for brief periods of time. However, we ask you to be considerate towards fellow passengers and to put your mask back on as soon as you have finished eating or drinking. Thank you. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Hals, Singen am Hutwiel, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Weiter nach Radolfzelt, Altsbach, Konstanz, Wiedershausen und Konstanz. Wir haben Anschluss zum C-Haz, mit Alten unterwegs, Alten bis Konstanz, Planenseke Abfahrt, Zeitung 10 und 32, gleichensbar, selber ansteigt, sowie zum C-Haz, in Amtungshenge, Planenseke Abfahrt, um 10.28 Uhr, von gleich 1. Nächster Hals, Singen am Hutwiel, der Nationalsektorstadt, den Namen des Schweizerischen Bundesbahns, verabschieden die Berichterstatterin, und danke für Ihre Mitfahrt, die Gegenden Ersatz, für die Sportbahnbahn und wünsche Ihnen ein wunderschönes, ordentliches Koppelende in Jenao, am Bodensee oder irgendwo in Irgendwo. Der Lagen ist rund 1.7 Uhr. Die Mitte zum Teil ist verschlossen. Die Gefahrgäste, helft der Fahrt nach Konstanz. Unser nächster Hals ist Herdorfzell. Bitte beachten Sie beim Ausstieg den Höhenunterschied zum Bahnsteigen. Hinter dem Fahrzeugteil ist geschlossen. Ich gehöre, bitte in die ersten beiden Fahrzeugteile einsteigen. Hinter dem Fahrzeugteil ist geschlossen. Erst direkt. Wir begrüßen alle zugestiegene Fahrgäste im Seehaus von Konstanz. Unser nächster Hals ist Herdorfzell. Wir begrüßen alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Reisen Sie in die Schweiz, begeben Sie sich bitte zur Zollkontrolle am Bahnsteig 1b. Wir begrüßen alle Reisenden aus. Wir begrüßen alle Reisenden aus. Wir begrüßen alle Reisenden aus. Vielen Dank.